Wir kennen uns auch schon aus der Jugend, damals Foxy, Rudolf Robb und die Schocker, Texas Lightning. Und heute Abend, und das freut mich ganz besonders, gibt Lars Baumgart für euch exklusiv. Endlich wieder mit eigenen Songs. Schön, dass du da bist, wir freuen uns drauf. Und die Premiere gibt es dann im Chattachuchi am 9. Februar, glaube ich, ist das richtig? Chattahuchi. Also, willkommen. Viel Spaß mit Susanna Reed und Lars Baumgart. Ja, vielen Dank. Es werden etwas andere, etwas leisere Töne jetzt. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt. Der erste Song heißt 999 Miles. Der geht so. Der erste Song heißt Der erste Song heißt Der erste Song heißt Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020